herzukommen auf den galassano gaming und heute spieler oder wie hier sehen kann eine runde wir haben auch wie ihr sehen könnt irgendwie anscheinend neuen level ab es leckt auf umzulegen beöffnen wir mal ich habe hier gar nichts dritten das ist schlecht ich verdurste ja ja wir wollen heute leder allerdings muss ich dazu einen zweiten sperr denn drin wir gehen könnten tatsächlich auch mal doodos es auf jeden Fall dass wenn ich jetzt hingehe dass hier Rathorn sind mindestens waren die da also wir müssen heute auf jeden fall ein bisschen leder haben Schiffe leeren, f**k. Dingsen? Ist noch irgendwo ein? Keine Ahnung. Hilfe, Mama! Geh jetzt nicht dir selbst getötet! Kommschuss! Aua! Mann! Ich sterb, ich sterb, ich sterb! Ah, ich bin gestorben. Meine Güte. Äh, wo spawn ich denn jetzt? Nein, 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 nicht neu erstellen. Hm, hm. Ja. Ich muss wahrscheinlich hin, daß. Na, ich bin ein Arscher, ey, Junge. Ah, ne, doch nicht. Genau genommen bin ich... ...neben meinem Haus. Okay. Okay. So. Wir müssen jetzt schaffen, diese blöde Schildkröde zu töten. Reicht mich noch an? Nein, ich bin jetzt nicht. Ja. Nein. Na, ich bin nicht. Nein, doch gut. Warte mal, wirklich? Hopp, los! Aua! Der wieder. Nein, geh weg. Ja, ich hab sie. Er traf jetzt. Bamm, Junge. Let's go, Leute. Wir haben endlich Leder. Das war jetzt wirklich eine interessante... Ja, hier. Okay, einen haben wir. So. Dann könnten wir eine Axt kommen. Eine Axt. Da brauchen wir Dead, Blind und Wohl. Das hier alles? Dead, Blind und Wohl. Und dann haben wir das alles neu. Was wir jetzt erst mal machen, ist... ...hier... ...hier... ...hier mal rauszuholen. ...hier schönes Leckeres. Leicht? Ja. Okay. Gut. Jetzt haben wir das dann schon mal. ...hier mal rauszuholen. Wir haben jetzt auch Leder. Das heißt, wir können uns jetzt Leder-Sachen machen. Was wir als allererstes machen, was wir als allererstes machen, ist auf jeden Fall dieses Nettige. Denn da brauchen wir Heid 25 und Fibber 15. ...hier mal rauszuholen. Dann haben wir das jetzt... Dann haben wir gerade eine Frage. Ne, äh... ...hier hat die... ...ne, ne... ...ne, ne... ...ne, ne... ...ne, ne... ...ja, okay... ...ähm... ...wir könnten uns auch Leder-Sachen machen. ...wippern... ...oder Heid ist Leder. Ne, genau. Wir haben jetzt... ...ähm... ...ähm... ...hm... ...Frage, ne? Gut, was machen wir denn jetzt? Das ist die Frage. Das... ...zeige Malz... ...heil ist... ...wege... ...maß... ...meisten... ...ne, ne... Es ist... ...frott... ...der gut am Anfang. Dann mach ich doch lieber... ...ne... ...wir haben... Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Ja, das ist nicht. Und dann. Dann brauchen wir noch Lex und Feed. Lex und Feed und hier dieser Oberteil. Okay, dann brauchen wir aber noch Rüber. Das Oberteil hier und hier auch. Eder. Hierfür. Gut, okay. Okay, okay, okay. Gut, dann mach ich das einfach so. Dann hole ich jetzt an der Friber. Friber, ich. Ah, okay. Friber, ich brauche Friber. Ich hol mal so 100 Stücken mit, würde ich sagen. Okay, reicht glaube ich schon. Gucken wir gucken. Ah, ja. Ähm, davon einen. Und das kochen wir denn auch mal, oder? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das. So, dann noch Lex und Feed. Lex und Feed. Das hier ist Feed, ne? So. Und dann machen wir nochmal einen hier für die Rose. Feed, 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 Feed. So. Perfekt. Und jetzt nochmal eine Hose und da brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Friber. So. So. Pam, 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 pam. Genau, jetzt können wir uns jetzt die Hose kaufen. Vielleicht suchen wir auch mal, dass wir, ähm, irgendwas... was wir als, ähm, Dings benutzen können. Als Pad oder sowas. So. Also die Frage, wo hier Dinos sind, ne? Also die Schüttritte habe ich ja jetzt nicht richtig, ne? So. Was hier ist? Ist eigentlich gut. Komm schon, ne? Wo brauchen wir die? Hab ich... Hm. Ne, nicht. Gut. Machen wir das hier mal. Ah, hier. Ah. Ähm, dann... eben... Fingerrad. Zack. 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 Zack, Zack. So, Steine. Also, hochgezogen. Ähm... Und wen haben wir denn? Nix. So. Ah, hier. Ist das hier jetzt jeder oder was? Ich glaub das... das ist... Leder. Wie bitte. Okay. Hm. Jetzt gucken wir mal kurz, dass wir wieder nach Angst rumkriegen können. Wir könnten auch mal kurz den beiden. Alter. Ähm... Wir könnten einen Winzel davon machen, aber dann brauchen wir... ...einen Leder. Hm. Dann... Okay. Ich würd sagen, wir gucken einmal, dass wir ihn schwer wieder machen. Schwer. Schwer. Brauchen wir mal für ein Schwer. Über zwölf. Limm zwei und... Ah. Wir haben doch hier Holz. Ähm. Holz. Dann einmal... Hüber. Hüber. Hüber hab ich grad eingestellt. Das müsste entweder... ...hier sein. Hüber. Ja, genau. Und jetzt brauchen wir noch... ...einen Flint, ne? Einen Linn. Ist da drin? Ja, das hier müsste ein Flint machen. So. Perfekt. Machen wir mal... ...drei. Machen wir mal... Machen wir mal... ...drei. Machen wir mal drei, das heißt, glaub ich. Ja, ich hoffe, drei benügende. So, jetzt haben wir drei Stück. Nicht? Natürlich. Die... Ach hier, die wurden gestreckt. Aha. Okay, und jetzt müssten wir eigentlich noch mal ne... ...Aktion machen. Hier haben wir... Haben wir... ...drecken. Okay, in den Boden. Jetzt brauchen wir eigentlich nur... Moin Meister. Brauchen wir nur... Wie viel brauchen wir denn? Na, erzähl mir. Okay. Aber jetzt hab ich's. Ja. So. Ne. Holz in dem Eventar wieder mal. Ja. Holz. Wow. Huch, dich Holz. So. Achse. Ah, so. Fuß. Gut. Nahrung haben wir hier auch drin. Na komm, lass ich gleich. Ähm. So, packen wir das hier einfach rein. So. So. Mann, hier ist das... Gut. Dann gehen wir mal aufs Suche, ob wir noch eventuell irgendwas haben. Hm. Ich denk mal nicht. Aber mal gucken. Ey, wir brauchen auch... Ich würd mal sagen, wir suchen noch mal nach so'n... Ähm. So. Jetzt hab ich wieder viel. Hopp. So. Wir brauchen auf jeden Fall einen Dino, ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir brauchen einen. Weil ohne Dino... Nix. Müssten wir auch... Warum ist meine Leiche hier nicht? Wann ist die hier denn überhaupt? Ah. Drei Stunden. Na ja. Okay. Ich bin mir nicht zu weit. You're starving. Fein? Was? Was? Ich verhungere oder was? Oh. He. Gut. Ist ja natürlich schlecht. Haben wir nicht. Oh ja. Na. Na. Mal. Da wird man einmal irgendwas holen und dann geht's nicht. Gut. Dann holen wir doch mal kurz Essen. 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 Ich komme. Bitte warten sie auf mich. Ja, ja. Jo, komm. Jetzt ist mir auch noch kalter. Nicht. Ähm. Hallo. Ah, danke. So. Wir haben... 28. Okay. Ja. Ähm. Wie brauche ich denn davon? So. Wir machen jetzt einmal komplett 100 Toll. So. So. Und jetzt auf die Mission ein Tier zu fangen. Ähm. Ich hab ein bisschen gekackert. Aber das passiert mal. Dahinten ist auf jeden Fall wieder eine Schildbrille wie ich sehe. Und da ist auch immer vorne. Hm. Ähm. Ich weiß nicht ob ihr unbedingt darüber will tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht wo ich bin Junge. Gute Hölle bin ich. Wenn ich hier gleich irgendwas rausgeschossen kommt. Ähm. Wir sind gerade gerade. Wenn ich so mache. Ah. Hm. Sag mal wo ein Freund deswegen mach ich das. Ist das ne Ziel oder was? Lass mich nicht Angst vor mir. Ähm. Ähm. Ja. Soll ich die Schildkröte versuchen zu klingen? Aber ich muss die ja beträumen, ne? Hm. Hm. Das ist ein Vogel. Ja schön. Das ist jetzt die Frage was ich das mache, ne? Na gut. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit dann hätte ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist das nicht. natürlich auch erst mal auf jeden fall irgendwas was habe ich es ist kalt wie sehr ich habe ein level ab machen wir diesmal essen essen ist wir sind wieder wir können ja mal dass da reinpacken so ok wenn euch das video gefallen hat dann lasst den linken abo und schaust aus dem auf mein server vorbei der in der video beschreibung verlinkt ich freue mich ja traumhaft tag haut rein euer sattel tschau tschau